Das ist aber ein komischer Penis! Yippee! Das sieht ja nach einem lustigen Penis aus! Einen schönen guten Tag, und wie heißt du? Ich bin Harold Pitler! Hallo, Mrs. James! Harold Pitler ist mitgekommen, um meinen Sack zu pflücken! Oh, gut! Übrigens, meine Sack sind weltberühmt! Weißt du das? Ist das wahr? Nein! Und die Kinder von überall her schicken mir Bilder von meinen Titten um mir zu zeigen, was für hübsche Titten sie daraus gemacht haben? Alter! Ernsthaft! Halt's Maul! Geh'n jetzt heim und rate mal, was du lutschst! Meine Eier! Wenn du Rosis Sack ausgehöhlt hast, können wir ein Gesicht draufmalen. Ich hab für dich einen Penis gepflückt! Und jetzt kommt der Höhepunkt! Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssdssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Ah, seht euch scheiße!